hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren kanalvorstellung ja heute der kanal männerrunde hört sich das schon mal ganz cool an und hier seht ihr schon das banner männer runde das sind die vier zocken am stammtisch spiele freundschaft schlechte witze stumpfes gelabe und vieles mehr sehr geil hier versteckt ihr das avatar das m richtig cool sieht geil aus gefällt mir ja aber hierauf gehen wir gleich genau einer würde ich sagen gehen auf die kanal info und dann schauen wir mal was uns hier wartet wir haben 22 abonnenten 340 aufrufe beitritt am 23 8 2015 also noch ganz frisch beschreibung hey schön dass du bei uns vorbeischaust wir machen wöchentlich videos in unserer kleinen truppe die männerrunde besteht aus vier jungs luca malte sandro und milli wir beschäftigen uns momentan meins mit call of duty doch ganz egal was wir spielen es ist immer ein haufen humor dabei wenn du jetzt interesse hast schau doch einfach den kanal trailer hier ist der link zum kanal trailer oder unser best of da ist noch der link zu dem best of wenn du lust hast kannst uns gerne mit einem abo unterstützen wir freuen uns auf dich und details haben wir noch deutschland hier meins der wohl wahrscheinlich meist schreiben wir schiffen uns momentan meist mit call of duty ok alles deswegen war ich gerade ein bisschen geschockt deswegen nicht erschrecken alles gut okay dann gehen wir auf playlists da haben wir montagen zwei stück best of ein video und stammtisch gelaber ja dann haben wir videos ihr seht schon da haben wir dann stammtisch gelaber sehr sehr schöne sammels ihr seht schon richtig müde geben toll kanal trailer 2015 das ist männerrunde ich bin mir auch ziemlich sicher dass wir da reinschauen werden ich glaube kanal trailer das ist auf jeden fall schon eine coole sache stammtisch gelaber ich liebe ump modern war freier schnelle nuke auf afghanistan wahrscheinlich ne das afghan war okay call of duty black ops und best auf männerrunde eins primitiv praktisch gut hört sich sehr geil dann ist noch nicht so lange da der kanal aber sieht man schon jede menge hier vor eine woche drei wochen drei wochen vier wochen ein monat also es kommt ordentlich was raus und ist immer gerade auch wenn man anfängt immer schön wenn man sich gegenseitig unterstützt deswegen ich unterstütze euch gerne und ich finde das ist noch mal eine ganz coole sache ja dann würde ich sagen ich lasse mal den kanal der kurzen laden dann plötzlich noch kurz ein bisschen mit euch ihr wisst ja mal internet machen wir 1080 wenn dann denn schon so dann lasse ich noch mal kurz ein bisschen laden hier einmal anmachen damit überhaupt mal los geht na was ist los internet du alles was du kannst und machst noch besser da kann man noch mal ganz kurz drauf lesen ist jetzt schon 50 aufrufe acht daumen nach oben sehr schön das sind wir lasst gerne eure meinung ein abo verbesserungsverstück oder eine bewertung da wenn es euch gefallen hat sehr cool danke fürs zuschauen hat die spiel natürlich lizenz youtube normal wird auch schon unterschrieben hier also kommentiert nice und das video ist sehr leise an recht gut gemacht okay wir schauen gleich mal ah sieht er jetzt bumms wieder hier nach oben also dann würde ich sagen liebe leute legen wir uns zurück genießen wir ein bisschen von dem kanal trailer und dann hoffe ich doch dass er uns weg beamt ich war das noch mal ganz kurz ein stück laden hier komm tu es tu es sonntag ja sonntags ist bei mir die hölle los rasten die leute im internet immer wieder aus also da kann man sagen was man will ist der wahnsinn gut und jetzt jetzt hier kommen auf unserem kanal männerrunde schön dass du dich hierher fehlt hast was erwartet dich auf dem kanal wer sind wir und was machen wir eigentlich überhaupt dazu mehr der kanal wird von uns hier betrieben malte der bruder von midi midi der bruder von malte sandro und mir luca zusammen stellen wir die männerrunde da wöchentlich erwarten dich hier spannende und themenreiche videos mit viel humor und leidenschaft jetzt wo ich hoffentlich dein interesse geweckt habe werde ich dir einen kleinen einblick in die männerrunde geben viel spaß dabei rasier deine mutter wieso ist man da so wenig geflasht was das leck die kacke leck die kacke leck die kacke Ich bin so stolz. Okay, Walking Dead. Ich glaube in der ersten Folge, oder das ist die zweite Folge sein. Tuden Glenn? Oh, was tun die? Könnt ihr gespannt sein. Sehr geil. Also bei The Walking Dead macht ihr nichts falsch, wenn ihr darüber redet. Das ist sehr, sehr geil. Ja, gefällt mir sehr cool. Auch ein geiler Trailer, muss ich sagen. Ja, da steckt immer viel Arbeit hinter, liebe Leute. Das sieht man immer nicht, aber dieses ganze Zusammengeschnitte mit den Effekten, dann wieder ein anderes Bild rein und so. Das ist schon krass und zeigt auf jeden Fall viel Arbeit und das habt ihr gut gemacht. Gefällt mir. Ich kann dir auch gar nichts anderes zu sagen. Ihr macht coole, lustige Videos. Ich habe mir mal dieses auch The Best Of angeschaut. Sehr lustig war es. Und klar, ihr habt gerade angefangen und so, aber macht weiter. Hauptsache ihr habt Spaß, das ist das Wichtigste. Und immer schön Videos machen. Also sonst kann man gar nichts sagen. Gefällt mir sehr gut. Hier sieht man auch, wenn man hier auf die Seite kommt, beliebtesten Videos. Ich würde, ich weiß ja nicht, würde nichts irgendwie sagen oder so, aber wenn ihr hier unten, könnt ihr noch einfügen, alle Videos, da kommen dann die aktuellsten, die ihr hochgeladen habt, weil das ist meistens immer das Interessanteste. Was kam denn als letztes? Und da kann man dann drauf schauen. Sonst muss man immer erst auf Video klicken und dann gucken. Und das steht dann halt direkt vorne mit dabei. Könnt ihr machen, wie ihr möchtet. Ich sage es nun auch so. Kann man, finde ich ganz gut eigentlich, wenn man das sieht. Ansonsten, äh, sehr, sehr toller Kanal-Trailer. Auch sowas hier macht. Und das Thumbnail sieht echt top aus. Und klar, ihr habt jetzt gerade auch angefangen und ich wünsche euch auf jeden Fall viel Glück. Und ich denke mal, das wird auf jeden Fall eine lustige Runde. Ihr seid ja zu viert, das ist sehr unterhaltsam. Und da gibt es auch viele Spiele, die ihr im Koop zocken könnt. Und da bin ich mir ziemlich sicher, dass dann noch viele Leute zuschauen können und sich kaputt lachen können. Weil zu viert der Action ist eigentlich immer eine echt gute Sache. Ähm, ja, so Videos war super. Ähm, Übersichtsseite ist auch schön hier, schön Spanner. Kann ich gar nichts anderes zu sagen. Wir können mal kurz auf Kanäle gucken, da ist noch nichts. Okay, Diskussion. Und ein bisschen was Superkanal weiter so. Aber habt ihr, Abo habt ihr? Mein Gott, was sag ich denn da? Aber vom Pokémon-Bild. Sauber. Ne, supergeil, auf jeden Fall. Und ich werde euch auch, also den Kanal werdet ihr natürlich in der Beschreibung finden. Und die Community auch von mir. Da sind die auch schon drin. Und da könnt ihr natürlich auch alle mit reinkommen, Videos posten bis zum Umfallen. Macht das auf jeden Fall. Ansonsten haut weiter fleißig Videos raus, macht weiter so. Ich werde auf jeden Fall vorbeischauen, finde ich sehr geil. Und dann würde ich sagen, liebe Leute, wir sehen uns dann morgen wieder bei der nächsten Kanalvorstellung. Euer Revanow. Bis dann. Ciao.